Moin und was geht ab? Auf jeden Fall erstmal ein fettes Dankeschön an die ganzen Supporter, die immer da waren und ich jetzt dank euch die tausend Abonnenten geknackt habe. Erstmal ein fettes Peace an euch alle, Gott schütze euch. Ja, was ich so geplant habe, das ist ganz einfach. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch für Beats wünscht, welche Richtung, ob die Storytelling, Hard Battle Rap, irgend sowas. Oder wenn ihr auch wollt, dass ich eure Beats und Tracks vielleicht auf meinen Kanal verporte, schreibt mich einfach an und ich werde sehen, was ich machen lässt und ich hoffe auf eine weitere geile Zusammenarbeit, gute Community und ja, Peace.